Dann musst du da irgendwelche Gärten umgraben oder so? Nö, viel besser. Ich arbeite jetzt in der Bibliothek. In der Bibliothek? Brauchen die da Würmer? Ja. Die Frau Holler hat gesagt, sie braucht Wurm. Und das bin ich. Ein Wurm? Ja. Das nennt sich Bücherwurm. Ach so. Das ist ja toll. Und da arbeitest du jetzt in der Bibliothek als Bücherwurm? Ja. Und immer wenn da Kinder kommen, dann darf ich rauskommen und dann helfe ich ihr, damit die keinen Quatsch machen. Toll. Ja. So bin ich. Super. Super Job. Ja. Finde ich auch.